In diesem Video möchte ich dir ein bisschen das Konzept von Presets, Queues, Sequenzen und Executern erklären und wie die miteinander verknüpft sind und was man wie einstellen muss und was wo gespeichert wird, das erfährst du jetzt in diesem Video. Hallo zu einem weiteren GrandMA3 OnPC Tutorial Video, ich bin Jan von Stage223 und ich zeige dir heute mal so ein bisschen das Konzept hinter den Presets, den Queues, den Sequenzen und den Executern. Ich werde euch erstmal so erklären, was diese einzelnen Punkte überhaupt sind und ich persönlich finde es extrem wichtig, dass man dieses Konzept verstanden hat, weil das war bei mir auch so ein bisschen, bei mir hat es auch dann an gewissen Punkten ein bisschen länger gedauert, bis ich diesen Gesamtzusammenhang verstanden habe. Deswegen möchte ich das natürlich an dieser Stelle nochmal oder beziehungsweise von vornherein erstmal erklären, damit ihr das grundsätzlich verstanden habt. Ich werde natürlich in weiteren Videos auch nochmal zu jedem einzelnen Punkt, das heißt zu Presets, zu Queues, zu Sequenzen und auch zu Executern, auch nochmal einzelne Videos machen beziehungsweise dann euch auch zeigen, wie man zum Beispiel eine Sequenz anlegt, wie man Presets erstellt, das werden wir dann in den weiteren Videos noch besprechen. Aber ich will halt erstmal sicherstellen, dass ihr das Konzept verstanden habt, weil das macht natürlich dann die Arbeit auch im GrandMA3 OnPC ein bisschen einfacher, wenn ihr wirklich wisst, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Was sind Presets? Ein Preset ist letztendlich nichts anderes als ein Look, also statischer oder dynamischer Look, je nachdem, ob ich es mit dem Phaser oder zum Beispiel einfach nur mit dem Programmer mache. Und da speichere ich letztendlich die DMX-Werte von den ausgewählten Scheinwerfern ab und die erleichtern mir natürlich die Arbeit, weil ich zum Beispiel gewisse Sachen nicht immer wieder von vorne machen muss und somit natürlich dann auf die Zeit, die ich fürs Programmieren brauche, enorm minimieren kann oder die Zeit enorm minimieren kann fürs Programmieren, weil ich wirklich mit einem Klick die Funktionen habe, die ich brauche und ich kann mir natürlich auch mehrere Sachen speichern, welche Funktionen es da genau gibt, wie man das macht, das habe ich auch noch in einem extra Video erklärt, das habe ich euch oben verlinkt und da könnt ihr natürlich dann nochmal rausfinden, wie man so Presets erstellt. Ich erkläre es jetzt mal hier so ein bisschen exemplarisch und zwar kann man in einem Preset unterschiedliche Arten abspeichern, zum Beispiel kann ich einmal ein Dimmer-Preset machen, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel quasi den Dimmer auf 100%, den Dimmer auf 80% etc. Dann kann ich mir ein zweites Preset bauen, wo ich dann gewisse Positionen, zum Beispiel eine Center-Position, wo ein Solo-Gitarrist stehen soll, kann ich mir speichern, ich kann mir gewisse Blind-Positionen speichern. Dann kann ich mir natürlich auch Gobo speichern, das heißt, ich kann mir auch sagen, okay, ich möchte diese Gobo-Selection haben und ich kann mir auch eine Farbe speichern. Das ist erstmal so grob der Übersicht über Presets. Wie gesagt, es gibt dazu noch ein extra Video, was ich dir natürlich hier auch entsprechend verlinkt habe. Als nächstes haben wir die Queue. Die Queue gruppiert unterschiedliche Presets zu einer Queue, wobei der entscheidende Unterschied ist, bei einem Preset, das ist quasi ein Objekt, was ich so auch nutzen kann, was ich anklicken kann, eine Queue, die finde ich nur im Rahmen einer Sequenz. Das heißt, wenn ich eine gewisse Gruppierung mache von Presets und diese in einer Sequenz speicher, wir sehen es hier, dann wird automatisch eine Queue angelegt, die ich natürlich dann auch mit speziellen Timings versehen kann und da entsprechend einzelne Sachen in den Queues noch einspeichern kann. Da werden wir sicher auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und da werde ich auch nochmal ein extra Video zu machen, dass ihr versteht, wie das Ganze so zusammenhängt. Als nächstes haben wir ja wie gesagt schon die Sequenz. In der Sequenz können eine oder mehrere Queues gespeichert werden und ich kann natürlich die Sequenz auch mit Fade- und Delay-Zeiten versehen. Da werden wir wie gesagt auch nochmal ein extra Video machen, wo ich bei den Sequenzen auch nochmal ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen werde. Wir sehen ja hier, wie gesagt, ich kann hier eine Sequenz machen und kann da halt mehrere Queues, mehrere Sachen entsprechend abspeichern. Jetzt habe ich auch nochmal versucht, diesen Gesamtzusammenhang auf eine Folie zusammenzufassen und ich versuche das Ganze nochmal so ein bisschen an so einem kleinen Prozess darzustellen. Wir haben zum einen auf der niedrigsten Ebene die Presets, das heißt ich kann mir da wie gesagt Dimmer-Looks bzw. Positions-Looks entsprechend speichern. Diese Presets kann ich dann gebündelt in eine Sequenz packen und in dieser Sequenz entstehen dadurch natürlich dann Queues. Das heißt diese vier werden zum Beispiel jetzt in Queue 1 gespeichert, in Sequenz 1 und so funktioniert dann dieses grundsätzliche Konzept. Und wenn ich diese Sachen dann habe und sage, okay, ich habe jetzt hier meine Sequenz, da sind Queue 1 bis 4 drin, die kann ich wunderbar abfahren, dann brauche ich eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Und da ist der nächste Punkt, dass da die Executor zum Einsatz kommen. Executor sind letztendlich nichts anderes als Fader oder Buttons, die ich auf der Grand A3 habe, wo ich dann meine Sequenzen mit ausführen kann. Ich kann mir zum Beispiel auch eine Sequenz auf mehrere Fader packen, also wenn ich da irgendwie mehrere Sachen machen möchte, dann kann ich das natürlich auch auf zwei Executor draufpacken und habe da auch eine super Geschichte und kann das damit natürlich dann auch super regeln. Wie schon eingangs erwähnt, werde ich zu den unterschiedlichen Geschichten, wie zum Beispiel Presets, Sequenzen oder Executern, auch nochmal extra Videos machen, die ihr euch natürlich dann auch in der Playlist verlinkt. Also ja, wir haben auch nochmal alle Videos, die wir zu Grand A3 machen, auch nochmal in einer Playlist verlinkt, sodass ihr euch die quasi im Netflix-Style nacheinander alle angucken könnt. Und da versuchen wir dann wirklich genau die einzelnen Sachen nochmal rauszuholen und nochmal zu zeigen, wie ich wirklich ein Preset erstelle, wie ich eine Sequenz erstelle. Also das ist auch sehr wichtig, aber mir war sehr, sehr wichtig, dass ihr erstmal das grundsätzliche Konzept versteht, bevor wir da zu weit ins Programm reingehen und ihr dann irgendwie irgendwann sagt, Hm, okay, funktioniert nicht. Bei mir selber war es auch so, dass es erst ein bisschen länger gedauert hat, bis es wirklich Klick gemacht hat. Und ich glaube, wenn ich dann am Anfang erstmal diese konzeptionelle Übersicht gehabt hätte, wäre das vielleicht an gewissen Punkten viel einfacher gewesen, das Ganze zu verstehen. Deswegen habe ich das für euch jetzt mal gemacht. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und wenn ihr natürlich noch weitere Fragen dazu haben solltet, sagt gerne Bescheid bzw. schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video. Ihr könnt natürlich auch gerne die Glocke läuten oder auch den Kanal abonnieren und dann seid ihr auch immer informiert, sobald wir ein neues Video hochladen. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy!